Hallihallo zusammen! Das ist eine blöde Begrüßung, oder? Daran arbeiten wir noch. Also, hi, ich bin die Coco. Das ist mein erstes Video. Und das hat sich gereimt. Genau, meine Stimme ist gerade ein bisschen nasal, weil ich ein bisschen Schnupfen habe. Ich dachte mir, als seichten Einstieg zum Let's Playen, beziehungsweise Gameplay, wie auch immer man es nennen will, könnten wir eine Runde Limbo zocken. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Heißt, es ist für mich komplettes Neuland. Und, ja, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und legen jetzt auch schon los. Springen geht auf. Pfeil nach oben. Okay. Das war schon mal nicht so gut. Ist klar, ich muss da rübergefahren. Was ist das? Kann man das ziehen, oder? Kann man irgendwie was ziehen? was ich? Dann kann man das sehen. Ich habe das Kaiso. Okay, das wäre schön. Ich habe das Kaiso. Ich habe das Kaiso. Ich wüsste, wohin ich muss. Wenn ich wüsste, wohin ich muss, wäre es wahrscheinlich einfacher, aber gut. Probieren wir mal da unten drauf zu springen. Oh, okay, Wasser tötet mich auch. Na los. Na, 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 na. So ein gutes Seemanslied, das ist ja. Wer ist da jetzt dazu? Okay. Ist schon ein bisschen gruselig, muss ich mal sagen. Für den Fall, dass ich das noch brauche, das ist bestimmt nicht umsonst so ein Heinkel. Okay. So. Das ist bestimmt nicht so, auf das ich drauf treten darf, oder? Oh Gott, okay. Probier ich's mal mit ein bisschen mehr Anlauf. Oh, zu spät. Hä, wie soll man denn da rüberkommen? Versteh ich nicht. Das ist ja auch nichts, was ich da reinschieben könnte, oder? Oder so. Ich kann gar nicht so weit springen. Wie soll denn was geben? Das kapier ich nicht. Scheiße. Hm. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Vielleicht. Ja. Okay. Okay. Das hätten wir schon mal gelöst. Okay. Okay. Das sieht mir nicht ganz ungefährlich aus. Oh Gott, die hab ich übersehen. Und hat mich total erschreckt. Und hat mich total erschreckt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, vielleicht. Okay. Ah, vielleicht. Okay. Und jetzt. Ah, vielleicht. Oh nein. Ich sage Ihnen mal nach der Zeit. Oh nein. Oh nein, ich sage Ihnen. Okay... Hmm... Was der Otafu? Woops. Okay. Yes. Shit. Oh Mann, ich höre zu langsam. Oh, jetzt komm ich da nicht mehr hoch, das gibt's doch nicht. Jetzt. Gott sei Dank. Nein. Nein. Man muss doch da irgendwie hochkommen. Okay. 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 Okay, ich bin gerade voll erschrocken. Jetzt bin ich hier, aber was? Woher muss ich denn? Jetzt hatte ich echt Angst. Ah, das klang richtig. Jetzt gucken wir mal wieder... Wups. Oh, oh, okay. Vielleicht brauchen wir die noch. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, okay. Das ist ein bisschen seltsam. Nein, nein, schau. Komm schon, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Komm, die Spinne. Schneller. 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 Bitte. Mach schneller. Bitte. Nein! So, okay. Das war's jetzt für den Moment. Ob ich die Riesenspinne besiege oder sie mich frisst, das erfahrt ihr nächstes Mal. Bis dahin immer schön ein Däumchen hoch geben, abonnieren, vielleicht einen Kommentar da lassen. Und ja, viel Spaß. Bye!